Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kuschel und in diesem Video zeige ich euch wieder eine geheime Aufgabe, bei der ihr euch etwas extra Erfahrungspunkte verdienen könnt. Ihr wisst ja, wir hatten ja schon diese geheimen Herausforderungen, wo ihr einmal die Honigtöpfe zum Beispiel einsammeln musstet, oder die Teleskope ausrichten musstet, oder dann einmal die Teddys befreien musstet. Und in dieser Woche gibt es eine neue Herausforderung, und zwar müsst ihr die Teddys und die Gnome einmal entwaffnen. Und zwar landet ihr genau hier auf der Karte, neben Weeping Woods, ich zeige euch das natürlich auch hier im Gameplay, und wenn ihr hier landet, seht ihr, dass hier eine kleine Gnom-Armee und eine kleine Teddy-Armee sich gegenüberstehen und sich, naja, hier etwas bekriegen wollen. Und ihr müsst da einfach einmal zu den Teddys, beziehungsweise zu den Gnomen hingehen und die einmal entwaffnen, und wenn ihr beides gemacht habt, bekommt ihr dafür Erfahrungspunkte umsonst, das ist eine geheime Herausforderung. Und ich hoffe, das Ganze aber hilft euch, und vielen lieben Dank fürs Gucken, Leute, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. –